August 1 du ge du mit seinem bunten Kripperskin du Augustus na also Augustus ne August unterstrich 1 und der mit so einem lila grünen komischen bunten Kripperskin russisch und jetzt hat er sich weggeportet das ist schon so aber es ist ein Start-Turm ja ich habe ein bisschen wird gesehen um weißt du wie die Tösen Eisenheimers oder generell und Eisenheimers ist immer kostenlos so ist er wirklich aber erst muss sich ein Kraften ja natürlich aber er ist ein Kraft wenn er die Ausgabe ist also Eiseneimer wird sie in in einem Schuss so um die fünf Füßen glaube ich aber ich weiß nicht ob da irgendein Shop Eisen Eimer führst Ok Ok ich heißen wie viel brauchst du denn bei mir zu Hause also wie viel brauchst du denn meint jetzt Eisen oder Eisen Eimer wenn er freie für dich brauch und theoretisch einer würde reichen aber zwei werden auch nicht verkehrt und grüße 2 alles klar oder 3 ich bin heute Spendt in der Lusch-Eichen Oh mein Gott weißt du wie man sich fühlt wenn man dann sind drei Jahre neben ein Kindergarten und ähm nein aber ich weiß wie es ist wenn man mindestens zwei Jahre in einem Kindergarten ist oder zwei Jahre weiß ich gar nicht ja schon zu lange her ja so die 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 Wohnung ist zwar nicht angekommen aber naja muss man durch irgendwann werde ich schon aus diesen komischen Kaffee ausziehen wie lange bist du ein ich hab's zum Glück bald vor mir Monat noch mal zu nehmen wird sich endlich aus in Köln endlich keine Internet-Sperre mehr nö 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 da da das haben meine Eltern oben war mal versucht aber zeigt ihn relativ früh gezeigt dass das bei mir nichts bringt die Arten wie viel ist es von meiner Eltern nicht ab hier in der wir haben halt den Internet stick verloren er hat meine Mutter wieder neun gekauft Geld dann alt wurde gesetzt da ist es immer Internet an den habe ich hinten am PC dran gemacht die Füße in Bonn habe ich den 9 da ist zwar die Internet-Sperre drin aber wenn die Internet-Sperre drin ist das mache ich einfach mal klick Minister aus und man kann hinten der Beobacht noch arbeiten sehr schön wenn du langsam an nimmst also er sagt er doch Mensch ich recht wenig offenstellt ich hätte genug transparent gemacht was sagt er ja aus dem Multiservier aus dem mit so vielen Leuten das ist ja in der Hand damit sind ja schon schon übersichtlich werden ja Prozent eins kann ich sehr empfehlen wenn du in der Hand im Punkt dort Privates sagt möchtest ja dann benutzen bitte die sie es wird schon es geht viel im Name Text kommt mit Bekanal das kann zwar auch Atmoszenen aber es kann ich das in der FAQ-Bereich im auf der Webseite gibt es ja aber es ist auch nur so gar nicht was so und ich bin wieder weg ja der oben kann man ja ich bin schon wieder weg wo finde ich D um bin ich in die aber vor er weiß nicht nur und nur sind ich habe ihn zur folgenden ganz kurz gesehen was schon ein paar Informationen von mir bekommen glaube ich bin ich wieder da Gommel-Fan die Kessler bestimmt Gommel-Hardin Prozent er ist auch so ein Let's Player hast du da mal ein paar Videos von mir geguckt oder so nicht kennen ich bin eher so Hannibal-Zuschauer und Pizmeet und so ja Pizmeet auf jeden Fall nicht guck Gommel auch eigentlich nicht ich wollte es gerade noch mal so erwähnt haben weil da ist schon im Ganzen die ganze Zeit im Chat irgendetwas von Gommel steht ich weiß nicht ich kann den Typen überhaupt nicht leiden das ist total der Angeber egal was er macht jedes Mal ich hab dir mal ich hab dir mal fünf Blöcke an aus nichts zu bezahlen braucht das Holz nicht mehr fünf Blöcke an mein Haus ist es fertig da fünf die Feinchenholz und brechen ja danke äh Birken ich verwechsel nicht so ja trotzdem danke ja das wäre schon mehr als genug Stacks eigentlich die Hähne ja nach wie gelacht die lieben zehn Stacks Naja nicht ganz viel ich weiß nicht glaube als erstes zwei und danach waren zwei Holzbretter und zwei Eichen äh zwei mal zwei Stämme genau genau und aus vier sind acht sind hochkommen wir doch auf zehn okay ja zehn Stacks und fünf kann man ja nicht mehr bleiben genau ja ich hab sowieso zu viel ich weiß nicht warum Banan aber immer das Holz aufhebt ja die ganzen Neulinge ich brauch Holz wir haben jetzt schon vier Doppelkisten Essen und dann kommt einer rein ich brauch Essen ich sterbe gleich und muss mit denen erklären du kannst nicht verhungern ja und ich frag mich wirklich warum Bananarbeiter es nicht spendet an die armen neuen die da hier auf dem Server die das wirklich nötig haben ja das ist nur gemacht es wird kaputt gemacht wer weiß nicht das setzt ihn doch dann mal wieder in die Ecke erst mal weg nämlich nicht mehr insoweit durcheinander und so und jetzt in die andere er hätte die Gitarre sogar entgegen sind du darfst nicht an den Rand klicken du musst auf den Boden klicken an den Rand kannst du nichts setzen das ist protected so und jetzt nimmst du hier aus der Ecke da hast du ja ja das hat geklappt oh jetzt hab ich einen Stamm aufgenommen oh nein darf ich dir mal entgegen oh nein nein nicht den Stamm in der Welt er hat mich gesagt mann sind die Setzlinge wichtig dass er noch was ich habe genug auf jeden Fall ja du hast ja von mir irgendwie 18 oder so zu kommen ja wenn ich wieder meine Baumform abgeboten abgeholt habe ich wieder vier Stacks Nulll im Birken Setzlinge Fakim Killingi und kommen fließe bei der Wasserhine als Wasser ja weiße schon wieder weg warum kann ich denn hier kein Wasser platzieren dann muss ich noch nicht 1,2,3 hier dort ist was ich endlich warum du keinem Wasser setzen willst das ist für Wunten so hast du auch in deren Eimer in der Hand ja dass sie mich immer mehr gemacht habe er guckt er ist jetzt vorher der ist voll sie sind sie ist von mir ist voll ich bin nicht voll ja jetzt so voll jetzt guck mal hier dazu mann wird doch fachsicht hast du denn was hast du zu sagen ich weiß auch nicht in der Aufnahme würden zu viel versich und mann schießt plötzlich wieder einer von skype und schießt bei die menge Schöpfe es kommt die es kommt die Enttäuschung kann jetzt nicht ich nehme die nun Berndt an auch machen warum nicht eine schöne warum um weil du unten mehr Platz ist jetzt um außerdem nicht und eine Farbe machen auch so fahren ja oben warum habe ich mir nur diesen Facebook Manager runtergeholt also wenn du den Facebook Manager runterholst du sieg auch nicht ich ich muss den Dienstag kein Bock mehr wieso so schlimm ja wenn sich bei skype einer bei mir meldet gern zehn Sekunden später springt der Facebook Manager auf denn dann kommt jede Nachricht zweimal ich ignoriere den jetzt einfach mal mach dieses auf geschäft und das mache ich äh als Spam nee Fenster leeren erst mal und jetzt hier muss ich auch noch auf Facebook oder was manche können es einfach nicht kapieren warum wird es gleich als Konversation angesehen äh weil eine Konversation eine Unterhaltung ist jeder kennst du Tanki Online ja aber ich zocke lieber WOT sprich World of Tanks als du bist auf Tanki Online Nein 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 nicht nicht da ist jetzt ein Freundschaftssystem reingekommen ok m und neue Maps m ne das war nicht einmal hier spricht der Tanki Pro woher auch wenn ich selbst nicht hin kriege ein Level abzumachen ich bin immer noch auf diesen Scheiß 15 fünf Kästchen du hast ja aber eine schöne Nachbarschaft ausgesucht die Feste um die Hase in diesem Mieter Reck ein bisschen Cobblestone so ein paar aus der Einzelhandel wird hin er oder holz Nikolaus und mit Leitern drin weiß ich gar nicht ob die Feinsmann Prozent Koppelssohn mit Leitern drin unterteilen müssen der Turm mit Leitern drin ja auch guck mal ein besuch aus ist sehe ich nicht aber ich sehe die Person mal ein krasses Haus hier das oder hier das mit dem Holster in meiner Richtung in der Züge der Höpft wenn die Schöne hier er hat es mit dem Stein er so damit den Lauf mit der blauen Tür das ist eigentlich ganz schön aus und nur schlicht und einfach auch recht angenehm auch mit dem Kamin das finde ich schön mit diesem Kamin ähnlichen Teil da vorher sei mehr auswärtig damals schon auf einem anderen Server gebaut jetzt muss ich erst mal gucken ich verspicken du kannst übrigens alle Türen mit einer leeren Hand öffnen alle Türen alle Türen na gut die Stahl Türen nicht aber die normalen Türen halt die Holztüren Nö die kann man nicht nur erwähnt haben nur ich kann ich mir irgendwie denken dass man die eröffnen kann ja die Türen können nicht protected werden das wäre dann viel zu lecky auf diesen 200er Server eben noch kreisende die bei einer Eisenführung Knöpfe kann auch jeder benutzen Nö ich kann ja auch eine Redstone Schaltung bauen falsch Redstone auf diesem Server verboten ja mehr oder weniger so ich gelesen habe ist das zu einem bestimmten Maße erlaubt aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher Du kannst keine Redstone setzen also okay ich kann ja gern mal einen Redstone holen und dann kannst du es ja mal ausprobieren Nö das ist in Ordnung ich glaubte der Zinn ja es ist es ist ich wollte auch mal eine Redstone Schaltung bauen und das ging nicht gleich wieder da jo Leute ne gewertet in der Art Aufnahme Session machen nicht wundern der wird gar nicht gehitboxd hinter dem Wasser dass ich drin bin 1,2,3,4,5,6,7 warum wird denn das Zeug nicht gehitboxd dahinter Vielen Dank.